Erster Tag auf der Isbro. Wir sind hier im Hotel und frühstücken und bei mir da werden natürlich wieder die Nährstoffe getrackt. Ich habe mir hier so einen richtig leckeren Putenschinken geholt, mache die Waage an, nehme die Pute einfach, schau hier 126 Gramm. Ja und die lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Putenbrust mit Curry, 126 Gramm hatte ich abgewogen, sind 134 Kalorien, keine 2 Gramm Fett. So, das Erste ist schon mal eingetragen. Den Kaffee selbst kann ich noch mit dazu einbringen. So sehen die Leerwerte von Kaffee aus. Und dann kann ich mir nochmal die Datei zeigen von der Putenbrust. Hier sieht man die. Aber da habe ich auf jeden Fall nochmal einen Nachschlag geholt. Okay.